Hallo Christoph und Henni und Siggi, meine Kutzl. Ich muss euch leider was beisten. Ich bin in einem schönen Holland und leider hat es mich wieder gepackt, so total feste. Wisst ihr, Holland, schönes Land mit viel Wasser. Wisst ihr, was ich mir gekauft habe? Ratet mal, es war ein neues Surfbrett mit Trump und Brand, mit Mast und Rick und Brett. Zum Spitzenpreis sieht es wirklich super cool aus. Das wollte ich euch so sagen, es war total peinlich. Aber ich hatte wirklich ein bisschen viel Geld übrig gehabt. Und ich zeige es euch hier, Achtung, hier ist es ein schönes neues Surfbrett. Schön, ne?